Ja! Du warst noch ein Jockey auf dir drauf? Ne, ne? Ah, fuck, 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 fuck! Jemand hat mich gesehen. Jemand hat mich gesehen. Ja, ich... Oh, hi! Was geht ab? Äh, ich glaub, hier oben solltest du aber als Hunter nicht sein. Ja, wo ist's? Jawoll! Martin kann gar nicht so weit vorkommen, Alter. Schade. Martin kommt gar nicht vorwärts, das ist so geil. Ja, aber... Ja... Aber soll ich was sagen, ich hab grad'n eigentlich auf Mudding gefickt, dass ich bei ihm im Team be... äh, beitreten, ne? Aber was ist denn bei dir? Reloading! Reloading here! Lass mich rein! Ficken! Ah, das ist mein Storch. Lass mich rein ficken. Ja... Ich lass mich... ich hab's bestimmt nicht rein hier. Ich hab' mich dann gekillt. Smoker? Wo ist Michelle? Ich suche grad' die anderen. Ach, bist du noch... Also, zu Michelle passt ja'n Smoker, er ist ja'n Smoker. Ja... Ja... Ich hab' mich auch... Ja... 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 Was für am Klo bist hier. Nein, ich war'n Puma. Ich hab' die voll gekotzt. Das ist ein Puma? Ein Puma. Oh, geil! Wie ich den Leben ziehe! Und noch'n Jockey! Jawoll! Und Jockey tot. Ah, das war Michelle. Ach... Ach... Man hört hier aber auch nur Schufe aus. Ah, Scheiße! Ah, Martin ist auch... Er lebt noch! Jaaaa! Er lebt noch! So, auch wenn er Untot ist. Ich glaub' jetzt... Jetzt ist er ein richtiger Mensch! Wir sind die Untoten! Ich und Michelle sind die Untoten! Ist er wie bei Pinocchio? Oh, ich bin jetzt ein richtiger Junge! Ist der Dummy eigentlich noch da? Äh... Im Chat hat er nichts neues geschrieben. Er holt sich was zu spachteln! Let's go upstairs! Nicht! Nicht! Nein, nein, nein! Ihr müsst mal eure Teamfähigkeit unter Beweis stellen hier! Und mal ne Kampagne machen! Nein, Kampagne, das wird ja ein Let's Play! Ja, kann man ja... Wenn sich, äh... Wobei, der hat ja recht, man könnte ja eigentlich ne... Eigentlich einfach ne Kampagne machen! Ja, sicher! Ist ja kackegal! Team-Brak! Wobei, das wird ja bei Matten veröffentlicht! Ja! Ja! Ja, und? Ach, dann ist der... Lass, lass, lass... Wie gesagt, lassen wir die Zuschauer entscheiden, oder Matten? Ja! 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 Also Danny! Ja! Ja! Danny ist aber... Vielleicht! Lebt er noch! Er lebt noch! Ja! Er lebt! Er lebt! Er lebt! Er lebt! So! Er lebt! Er lebt! Er lebt! Ich glaub, Danny will hier, ähm... Den Sumpf sehen, mit den ganzen Hexen da! Mit den Witches! Wie... Wie er euch da durchwühlt! Können wir machen! Wie er euch da durchwühlt! Können wir machen! Weil ich ihn... Weil ich ihn... Weil er es kann! Genau! Weil ich es kann! Scheiße! Danny fragt, was er jetzt entscheiden darf! Also, du darfst jetzt entscheiden, ob wir weiterhin so ein Versus gegeneinander machen, oder ob wir zusammen versuchen, so eine Kampagne durchzuspielen! Also, ich fänd's ja lustiger, wenn sie versuchen, im Team zu spielen und dann noch kläglicher scheitern! Nein, dann nicht! Das kannst du vergessen! Halt! 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 Oh, da liegt ja Matten. Ich hab Matten vollgekotzt. Also Danny... Ah, scheiße, ich will hier raus. Ja, stirbt Matten. Also Danny schreibt, er will, dass ihr gemeinsam scheitert und weint. Okay. Das eine folgt bestimmt eh aufs andere. Komm, ich spuck Matten nochmal voll. Genau, Spitzel. Du Arsch. Siehst du auch, was ich mache? Ja, wir haben die Runde gewonnen. Hört sich so. Gemeinsam scheitert bitte weinen. Ey, das werden wir nicht. Ja, dann machen wir die Map, wie Benni schon sagte, mit denen, wo die ganzen Witches sind. Die ganzen Exen im Unterhüt. Nein, die ganzen Witchen. Die Witchen. Die Witches. Die ganzen Bitches im Gras, ey. Leute, bei mir hat sich Left 4 Dead aufgehangen. Oh, ne. Warte, ich bin sofort wieder da. Meisterkotzopfer, sie es. Längster Jockeyrit, sie es. Was ist denn da los? Das ist ja alles trocken. Der Reitkönig. Was passiert eigentlich, wenn ich mal eben kurz meine ganzen Leute töte? Sturmläufe. Black Tie. Äh, Black Tie. Wie? Ja, 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 da heiße ich, äh, da heiße ich Black Tie. Habt ihr fusioniert? Ja, das war, das war, wir haben vorher zusammen let's played. Warum macht ihr das nicht mehr? Weil er, weil er keine Zeit dafür mehr hat. Ja. Was? Lass das Spiel brauche ich auch noch? Also, ich bin momentan drinnen mit Coach, Nick und Alice. Ja, ihr müsst rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, ob da, wo das war. Es ist kalt. Äh, zurück zum Hauptmenü. Also, ich hab die Lobby erstellt, ne? Ja. Glaube. Äh, müsst ihr einfach nur zu mir reinkommen? Ich bin schon da. Mit Freunden spielen. Alle reißig. Ne, das ist nicht die richtige. Ich spiel mit der Rochelle. Schön, Martin. Ach, das sind leider die Falschen. Ich weiß jetzt nicht, welcher, ähm. Nein, ich, äh, spiel mit, äh. Alter, warte noch kurz, warte noch kurz. Mit Bill. Der kleine Billy Boy. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, die richtige. Was denn? Äh, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich bin Alice, okay. Die Map, oder was? Ja, die Map, wo die meisten, wo die, äh, das Feld mit den Witches ist. Äh. Wie willst du doch noch ein Eis kaufen? Viel. Ja, Danny will ein Eis haben, okay. Haben wir drüben im Kühlfasschen, musst du dir abholen. Das war doch Sturmflut, wo? Ja. Ja, Sturmflut. Welcher Schwierigkeit habt ihr nochmal? Normal. Ich will Martin erstmal nicht so, ähm. Oh! Michelle und ich haben Sturmflut schon in, äh, Schwerden durchgekriegt, ne? Ja. Ja. Da macht Martin jetzt Minenräumer, zack. Einfach vorschicken. Weißt du? Und was passiert? Ich und Michelle haben es immer hingekriegt, ganz wunderbar, exzellent durch dieses Feld durchzulaufen, ohne ne Witch zu killen. Jetzt haben wir Martin, ich glaube, jetzt schreckt der jede Witch auf. Der, der, der moscht die weg. Ja. Aber vor allen Dingen, ich bin immer genau zwei Meter dran vorbeigelaufen. Ja, die heulen ja immer so schön. Äh, hä, hä. Und Martin dann direkt rein. Ja, ja. Es war weghaugen hier. Er schießt die hier direkt. Das ist sofort, äh, ist sofort Nick, der am Ballern ist, ey. Der ist crazy, ey. So. Also Martin, wie gesagt, wenn du was weinen hörst, ne? Ja. Nicht, nicht trösten. Nicht trösten. Ist nix zum Trösten. Also, hier ist MediPacks, MediPacks, MediPacks. Nicht Martin oder was? Oder hat er die noch nicht gespielt? Er hat noch nie, hier ist MediPacks. Ja, also nicht. Okay. Keins mehr da. Hier spielt weg. Ja, nee, hier liegen auch noch welche. Achso. Da, ne ordentliche Waffe. Jawoll. Für mich ist er gerade gespeich. Für dich gibt's keine Sniper. Jockey. Ah, darf er aussuchen hier. Hört mal auf, mich abzuschießen, Alter. Nein. Alter. Nimm ne Bratpfanne, Martin. Am besten. Klöng. 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 Bitteschön. So, jetzt lass mal hier rausgehen. Wir sind hier richtig im Kreuzfeuer. Ja? So, lass aber noch was hier. Wir kommen hier nochmal hin. Wo seid ihr jetzt? Unten. Unten. Okay. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, kommt er mal zu mir? Wo bist denn du? Ja, ich stehe hier. Ach, da hinten. Komm, wir müssen hier lang. Ja, ihr werdet bestimmt sehr weit kommen. Ach, Mann, leck mich. Nein. Hier hoch. Halt die Schnauze, Alter. Ich klatsch dir einmal. Hier hoch und dann? Runter? Vorsichtig, Tank. Wo denn? Alles poltert. Wo ist er denn? Oh, Scheiße. Ich seh ihn auch nicht. Da hinten, da hinten. Ich spinne mal kurz, Aris. Ah. Ja. Matzin, hilf mal kurz. Hab ich schon. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Ich merke es. Ich helf dir, ich helf dir. Jetzt brauche ich auch Hilfe. Hilfe. Oh, ist ja klar. Ihr müsst alle sterben, ihr Pisser. Lasst mich hier alleine. Ist klar. Ihr seid doch dämlich. Hilfe. Ist er tot? Keine Ahnung. Oh, ich brauche Hilfe. Mal hin, los, komm. Ich brauche Hilfe. Steh aus, Alter. Ich brauche Hilfe. Meine Fremd, wir wollen euch ja alle retten, ey. Los, heilt euch, schnell. Last Action, Nero, ey. Alter, ey. Boah, ist er richtig, ey. Ist für die Gruppe. Alter, ich allein gegen den Tank. Ihr seid doch bescheuert. Du kannst das doch so gut, Alter. Mecker nicht. Mach die Taschenlampe aus, ey. Tot, 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 tot. Wie machen wir denn die aus? Mit F. Meine Fresse, ey. Drei Schüsse, zwei, alle daneben, Alter. So, jetzt haben wir hier ne Nerven, so. Kriegt der Zai erstmal einen auf die Schnauze. Ey, wir müssen hier lang, über den Spielplatz. Komm her, ihr Zombie-Metzeln. Hallo. Holt die sich zu essen, ey. Boomer, 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 Boomer. Boomer, 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 Boomer. Oh, da ist ein Hundertör, ey. Oh, sauber, Martin. Was denn? Ja, du hast es geschafft, dass wir, eh, jetzt noch mehr Leute kriegen. Weil du, was denn? Immer gegen die Autos schießen. Vielen Dank.